Es gab sehr viele Anfragen an mich, wo kann man Nachfühl-Set für Druckerpatronen einkaufen. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen guten Tag. Das gesamte Set hier, inklusive 250ml schwarz, 100ml blau, rot und gelb, inklusive 4 Spritzen und 1 Satz Handschuhe, inklusive Versand, das alles kostet gerade mal 9 Euro. So, wir haben hier die Spritzen, ja, gucken wir uns das mal an hier. Also wir haben hier rot, habe ich aufgeschrieben, das kommt hier hin. Das ist wichtig, man darf nicht die Farben vertauschen. Dann haben wir blau, ja, ich denke mal, das kann man so vielleicht ein bisschen besser erkennen. Und dann haben wir gelb, das kommt hier hin. Und dann haben wir hier schwarz. Wir haben hier nochmal Handschuhe hier, 1 Satz, das liege ich auch nochmal dazu. Deswegen, es ist von Notwendigkeit, damit man nicht versehentlich die Farben falsch reinzieht, die Spritzen, wie gesagt, zu beschriften. Und ich denke, wenn man jetzt hier zumindest das Ganze zusammenfügt, ja, und die Kappe drauf macht, dann kann auch ruhig hier die Farbe drin bleiben. Da passiert nichts, notfalls kann man natürlich halt auch die Spritze reinigen. Also das lässt sich hier so rausziehen, ne, ich zeige euch das mal ganz kurz. Das lässt sich rausziehen. Aber man kann das Ganze generell, ähm, zumindest mit Farbe einmal durchspülen, dann ist die Spritze auch sauber. Auf Ebay gibt es hunderte von Herstellern und Anbietern. Ich möchte keine Werbung machen. Deswegen einfach recherchieren. Ich hoffe, ich konnte euch etwas weiterhelfen. Alles Gute und bis zum nächsten Video.